Information zur S4 nach Langnau. Die S4 nach Zollbrück, Neumühle, Langnau, Abfahrt 15.06 Uhr, wird ca. 18 Minuten später abfahren und verkehrt auf Gleis 2. Grund dafür ist ein Zug, der die Strecke blockiert. S44 nach Lützelflü, Goldbach, Hasle, Rüegsau, Bern, Thun, Abfahrt 15.30 Uhr, Gleis 1. S44 nach Grünenmatt, Sumiswaldgrünen, Abfahrt 15.32 Uhr, Gleis 2.